Beuron ist eine Gemeinde im Landkreis Siegmaringen in Baden-Württemberg. Bekannt ist der Ort besonders durch das Benediktiner Kloster. Geografie Lage Beuron liegt im landschaftlich reizvollen oberen Donautal, rund 25 Kilometer westlich der Kreisstadt Siegmaringen. Es bildet das Zentrum des Naturparks Obere Donau. Donaudurchbruch Der Donaudurchbruch bei Beuron zeigt mit seinem tief in den Kalkstein eingeschnittenen Flussstahl die Erdgeschichte der letzten 160 Millionen Jahre, vom einstigen Jurameer, über die Abtragung der Kalksteine bis zur Verlaufsverschiebung des Wassers vom Rhein zur Donau, Flora und Fauna. Der Beuroner Gemeindewald ist mit 248 Hektar relativ klein, der Laubholzanteil überwiegt mit 83 Prozent, den größten Anteil stellt die Buche. Weitere wichtige Baumarten sind Esche, Ahorn, Eiche, Heinbuche, Ulme, Linde, Wildkirsche, Weißtanne, Kiefer und Lerche. Der Kommunalforst erstreckt sich im Wesentlichen an den beiden Donautalhängen. Auf rund 30 bis 40 Prozent der Flächen können keine Bäume gefällt werden, weil der technische und damit finanzielle Aufwand zu hoch ist. Der gesamte Wald liegt im FFH-Gebiet Obere Donau, der Biotopanteil ist viermal höher als im Landesschnitt, er ist Lebensraum für Rehe und Gämsen. Nachbargemeinden Nachbargemeinden sind Schwenningen, Städten am Kaltenmarkt, Siegmaringen, Leibertingen, Buchheim, Friedingen an der Donau, Behrental und Irndorf. Gemeindegliederung zu Beuron gehören neben dem namensgebenden Ort Beuron die Ortsteile Hausen im Tal, Langenbrunn, Neidingen und Tiergarten. Geschichte Die Gegend um Beuron war, wie zahlreiche Funde beweisen, bereits in der Mittelsteinzeit besiedelt. Die frühmessolitische Kultur Beuronin ist nach dem Ort benannt. Wichtigster Fund und Ausgrabung sord ist die nahegelegene Jägerhaushöhle auf Friedinger Gemarkung, sowie die Probstfelshöhle bei Beuron. Mit dem Altstadtfelsen verfügt Beuron über einen weiteren vorgeschichtlichen Fundplatz. Hier fand sich ein spätkeltischer Zügelring. Vom Peterfelsen Funde Urnenfelder zeitliche Keramik bekannt. In der Gegend bei Beuron wurde das an der Donau liegende, auf der Geographieke Hyphegesis verzeichnete, römische Dracoina vermutet. In der Felsenhöhle beim Kloster Beuron fand sich eine Sichel mit dem römischen Zahlenzeichen 13, das in die Bestände des Fürstlichen Museums Sigmaringen verbracht wurde. Beuron wurde erstmals 861 im Besitzverzeichnis des Klosters St. Gallen als Puro erwähnt. Sie bildete lange Zeit eine hohenzollerische Exklave. Der Ortsteil Hausen im Tal erscheint nach der Chronik von Andex um 1020 als Rittersitz. Zur Herrschaft Hausen gehörten die Dörfer Hausen im Tal und Neiting. Der Ortsteil Tiergarten ist eine Gründung des Grafen Wilhelm von Zimmern. Der Ortsteil Langenbrunn gehörte zur Herrschaft Wehrenwag. Beuron war als Augustiner Chorherrenstift bis zur Mediatisierung ein eigenständiges geistliches Territorium, zu dem damals auch die Nachbargemeinde Behrental gehörte. Beide kamen 1803 nach Säkularisierung des Augustinerklosters zum Fürstentum Hohensollern-Sigmaringen und wurde mit diesem 1849 als Teil der Hohensollern-Schönlande preußisch. Ab 1806 gehörte Beuron also zunächst zum Hohenzollerischen Obervogtei am Beuron. Erst 1863 wurde das Kloster wieder mit mönchischem Leben erfüllt, als die Benediktiner dort die heute weithin bekannte Erzabtei begründeten. Das Fürstlich-Hohensollern-Scherendamt-Beuron verwaltete die südlich vom Kloster gelegene Domäne Steighof. Der Steighof wurde in den 1950er Jahren aufgelassenen 1964 abgebrochen und dessen Felder allesamt mit Fichtenkulturen aufgeforstet. Das Obervogtei-Amt Beuron ging 1830 im Oberamtwald auf. Das Oberamtwald existierte auch noch von 1850 bis 1862 unter preußischer Herrschaft. Bis zur Kreisreform in Baden-Württemberg 1973 gehörte die Gemeinde dann zum Oberamt Sigmaringen, aus dem 1925 der Landkreis Sigmaringen hervorging. Die heutige Gemeinde wurde am 1. Januar 1974 durch Vereinigung der Gemeinden Beuron und Hausen im Tal neu gebildet. Politik der Verwaltungssitz der Gemeinde Beuron befindet sich im Ortsteil Hausen im Tal. Gemeinderat die Kommunalwahl am 25. Mai 2014 führte bei einer Wahlbeteiligung von 52,6% zu folgendem Ergebnis. Bürgermeister Am 19. Juni 2011 wurde der Polizeibeamte Raphael Osmakowski-Miller aus Bad Saugau mit 56,49% der abgegebenen Stimmen, bei einer Wahlbeteiligung von 74,39% im ersten Wahlgang zum ehrenamtlichen Bürgermeister von Beuron gewählt. Seine Amtseinführung erfolgte am 2. September 2011. Amtsantritt war der 5. September 2011. Osmakowski-Miller ist Nachfolger von Robert Rauser, der am 29. Juni 2003 mit 80,21% der abgegebenen Stimmen, bei einer Wahlbeteiligung von 64,45%, im ersten Wahlgang als Nachfolger von Herbert Bucher gewählt worden war. Bucher, der zunächst hauptamtlicher Bürgermeister von Schwenningen war und Beuron zusätzlich betreute, war hier 2003 aus gesundheitlichen Gründen aus dem Amt geschieden. Nach acht Jahren als Bürgermeister trat Robert Rauser, der zuvor 24 Jahre Bürgermeister in Messkirch war, nicht mehr an und ging in den Ruhestand. Rauser erhielt nach insgesamt 44 Jahren im öffentlichen Dienst die Ehrennadel in Gold des baden-württembergischen Gemeindetages. 1979 bis 1995, Fidel Matthias Fischer, 1995 bis 1998, Arnd Neff, 1998 bis 2000, Gerhard Huhn, 2000 bis 2003, Herbert Bucher, 2003 bis 2011, Robert Rauser, Seit 2011 Raphael Osmakowski-Miller, Wappen Das Wappen von Beuron zeigt ein von einem Wellenschnitt schräg links geteiltes Schild. Oben in blau ein silberner Widderkopf mit goldenem Gehörn im Visier, unten in Gold der blaue Kleinbuchstabe B, dessen schafft in einem Kreuz endet. Kultur und Sehenswürdigkeiten Hausen im Tal und Beuron liegen an der Hohenzollandstraße. Die Kommune ist dem Tourismusverband Donau-Bergland angeschlossen. Museen Bibelmuseum der Erzabtei Beuron Das Haus der Natur Beuron zeigt eine Ausstellung zur erdgeschichtlichen Entstehung der oberen Donau und weist auf die Besonderheiten der Flora und Fauna hin. Im kleinen Naturparkladen finden sich regionale Mitbringsel, typische Produkte der Region, sowie künstlerische und praktische Filzerzeugnisse. Schwerpunkt der Arbeit liegt im Bereich der Umwelterziehung. Bauwerke Benediktiner Erzabtei Beuron Berühmt ist Beuron durch die Benediktiner Erzabtei Beuron, welche das Zentrum der Beuroner Kongregation darstellt. Das Kloster wurde 1077 als Augustiner Chorherrenstift gegründet. Nach seiner Auflösung im Zuge der Säkularisation 1803 ging sein Gebiet in den Besitz des Fürstentums Hohenzolland-Sigmaringen über. 1863 wurde das Kloster als Benediktiner Kloster neu gegründet und 1868 zur Abtei erhoben, von der die Gründung vieler anderer Benediktiner Klöster ausging. Die Bauten stammen teils von Franz Bier, teils sind sie neu. Das Kloster hat jährlich rund 100.000 Besucher, die barocke Klosteranlage weist bemerkenswerte Räume und eine große Klosterbibliothek auf. Beuron war im späten 19. Jahrhundert Zentrum der Beuroner Kunstschule und der seit 1967 eingestellten aber juristisch fortbestehenden theologischen Hochschule Beuron, Kirchen und Kapellen, die 1732 bis 1738 erbaute Klosterkirche St. Martin und St. Maria ist ein barockes Sakralbauwerk mit prachtvollen Seitenaltären, Deckenbildern und Stokarbeiten. Der Hauptalter zeugt von der Beuroner Kunstschule, die im rechten Winkel angebaute Gnadenkapelle, welche in der Unterkapelle die Grablege der Erzebte birgt, wurde um 1900 neu im Beuroner Stil erbaut. Rund drei Kilometer unterhalb des Klosters steht in einer linken Donausschlaufe unweit des Ufers die Kapelle St. Maurus. Sie wurde von Pater Desaitreus Lenz 1868 als Pionierwerk der Beuroner Kunstschule geschaffen und im Jahr 1871 fertiggestellt. Die Bild- und Formensprache orientiert sich an alte ägyptischen Tempelanlagen. Sie beherbergt stilisierte Fresten in strenger Ordnung und vielfältiger Ornamentik. In der Mauruskapelle und vor allem mit deren Ausmalung realisierte der Gründervater der Beuroner Kunstschule erstmals sein Programm zur Erneuerung der christlichen Kunst, das in der Folge von Beuron in die gesamte katholische Welt erstrahlte. Im Ortsteil Hausen im Tal befindet sich die Kapelle St. Nikolaus. Sie wurde um 1275 erbaut und zeichnet sich durch einen romanischen Turm aus. Der übrige Teil wurde barockisiert. Im Ortsteil Neidingen befindet sich links der Donau auf einer Anhöhe an einem Hang die St. Agatha-Kapelle. Sie ist das Nachfolgebauwerk einer Kapelle, die durch einen Wolkenbruch 1838 zerstört wurde. Der Chor ist durch einen Rundbogen abgetrennt. Die Figuren neben dem Altar stammen von Alberti und wurden um 1730 geschaffen. Die restlichen Figuren stammen aus der Pfarrkirche St. Nikolaus in Hausen. Die Kapelle St. Georg im Ortsteil Tiergarten entstand in der Übergangszeit von der Gotik zur Renaissance. Sie ist die kleinste dreischiffige Basilika Europas. Punkt Schlösser und Burgen oberhalb von Langenbrunn befindet sich das bis in das 11. Jahrhundert zurück datierbare Schloss Wehrenwag. Oberhalb des Ortsteils Hausen im Tal befindet sich das bis in das 13. Jahrhundert zurück datierbare Schloss Hausen im Tal. Auf Schlosshausen saß im Mittelalter ein ministerialen Geschlecht, dem der Minnesänger Friedrich von Husen entstammte. Die Ruine mit rekonstruierbarem Grundriss und Tonnengewölbe ist frei zugänglich. Es wurde von der Denkmalstiftung Baden-Württemberg zum Denkmal des Monats Februar 2008 ernannt. Auf der Gemarkung des Ortsteils Tiergarten liegt die Ruine Falkenstein. Ihre Spuren reichen zurück bis in das 13. Jahrhundert. Ihr heutiger Baubestand, von dem erhebliche Teile des Mauerwerkes erhalten sind, stammt aus dem 16. Jahrhundert. Die Ruine ist frei zugänglich. Die frei zugängliche Ruine legeln mit Mauerresten einer starken Schildmauer und Futtermauer wurde um 1100 erbaut. Des Weiteren gibt es auf Boyerwarner-Gemarkung folgende Burgruinen und Burgriste. Burg Auchtbühl, Burg Katharina-Fels, Burg Kreidenstein, Burg Langenfels, Burg Lengenfeld, Burg Neidingen, Neidinger Heidenschloss, Petershöhle, Burg Pfannenstiel, Höhlenburgweiler. Punkt. Sonstiges Die Boyerwarner Donau-Holzbrücke ist eine 73 Meter lange gedeckte Holzbrücke und führt bei Buron über die Donau. Sie wurde im Jahr 1801 in Betrieb genommen und diente bis 1975 dem kompletten Verkehr. Nach dem Neubau einer Stahlbetonbrücke rund 100 Meter Donau abwärts wurde sie für den Autoverkehr entbehrlich, 1976 komplett saniert und in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt. 2005 wurde sie renoviert und ist heute nur noch für Fußgänger und Radfahrer freigegeben. Auf einer Karte, die eine Anlage zum Gutachten beweise der Stiftbeuronischen Reichsunmittelbarkeit vom 15. September 1787 ist, erkennt man, dass schon im 18. Jahrhundert eine überdachte Holzbrücke bestand. An der Straße von Buron nach Friedingen befindet sich einer der ältesten Soldatenfriedhöfe Deutschlands. Der Friedhof wurde 1913 mit einem Rundtempel errichtet, der an die Befreiungskriege von 1813 erinnert. Östlich des Ortsteiles Neidingen befindet sich die Talmühlequelle, eine ergiebige Karstquelle, die in die Trinkwasserversorgung einspeist. Entlang des Wanderwegs von Buron zur Burg Wildenstein befindet sich der Buchbrunnen mit seinem frischen Wasser und der Schaukohlenmeiler des Schwäbischen Alpvereins, der ein wichtiges Kapitel der Sozial-, Wirtschafts- und Landschaftsgeschichte der Region verkörpert. Bei einer Bestandsaufnahme dieser Kohlplattenstellen, an denen Kohlenmeiler betrieben wurden, fand man allein in fürstlich-hohenzollerischen Wäldern 720 Stück. Punkt. Naturdenkmäler der Bischofsfelsen ist ein Aussichtspunkt, der einen Ausblick übers Donautal, die Ruine Schlosshausen und Schloss Wehrenwag ermöglicht. Ein Höhenweg verbindet ihn mit dem Aussichtspunkt Hohlerfels, auf dem ein großes weißes Steinkreuz steht. Von hier aus bietet sich ein Blick auf die Burgruine Lengenfeld und ins Tal, Benediktoshöhle, Knopfmacherfelsen, Sport. Am Steig, dem Donautalhang in Richtung Krenhainstetten, befindet sich ein Skihang mit Lift und einem kleinen Wehre ins Heim des im Februar 1965 gegründeten Ski-Club Beurons. Die Abfahrstrecke wurde im Spätherbst 1965 durch Aushauen geschaffen. 1967 stürzten bei einem Orkan Bäume vom benachbarten Wald auf die Strecke und zogen das Gelände stark in Mitleidenschaft. 1970 konnte der Club für 1000 Mark einen Rucksacklift anschaffen. Später entstand die heutige Skihütte, die zunächst nur als Wetterschutz für die Liftwinde konzipiert war. Der heutige Skilift stammt aus dem Jahr 1983. Erst vor wenigen Jahren wurde die Skihütte um den heutigen Gastraum erweitert. Der Ski-Club war von Anfang an nicht als ausschließlicher Wintersportverein angelegt. Der Sportplatz im Steinbruch beim früheren Schulhaus kam im Wesentlichen durch den Ski-Club zustande. Heute bietet der Club neben Fußball auch Nordic Walking und Volleyball an. Wirtschaft und Infrastruktur Verkehr Bahnverkehr Beuron liegt an der Donautalbahn von Donau-Eschingen nach Ulm und ist Interregio-Express-Halt. Es verkehren im Zwei-Stunden-Takt Züge nach Siegmaringen und Ulm sowie nach Donau-Eschingen und Neustadt. Während der Sommermonate verkehrt darüber hinaus der Naturpark-Express, welcher im Gegensatz zu den normalen Zügen an allen kleinen Bahnhöfen im Donautal hält. Neben dem ihrer Haltepunkt Beuron gibt es außerdem noch einen Bahnhof im Ortsteilhausen im Tal. Dort halten an Werktagen ebenfalls im Zwei-Stunden-Takt die Züge Richtung Ulm und Neustadt. Am Wochenende hält dort nur jeder zweite Zug. In Tiergarten besteht ein Haltepunkt, welcher allerdings nur noch von den Naturpark-Express-Zügen im Sommer bedient wird. Beuron ist dem Verkehrsverbund Neckar-Alp-Donau angeschlossen. Vom Kernort Beuron ist auch eine Fahrt mit dem Tu-Ticket-Verkehrsverbund in den Landkreis Tuttlingen möglich, ohne ein DB-Ticket zu benötigen. Straßenverkehr DL-277 führt am Kernort Beuron vorbei, jedoch durch die restlichen Ortsteile von Tuttlingen nach Siegmaring. Donau-Radweg durch Beuron führt der Donau-Radweg von Donau-Eschingen nach Wien. Bildung die Theologisch-Wissenschaftliche Hochschule, an der seit 1866 die theologische Ausbildung der Mönche des Klosters Beuron und anderer Klöster stattfand, ist seit 1967 vakant. Die Hochschule besteht rechtlich weiter, vorläufig findet aber kein Lehrbetrieb statt. Die Mönche studieren an theologischen Fakultäten anderer Hochschulen, vornehmlich in Salzburg und Rom. Persönlichkeiten Söhne und Töchter der Gemeinde Anton Schlude, Dichter aus dem Teil Lorthausen im Tal, Steffi Restle, Landtagsabgeordnete, Fritz Einwald, geboren in Tiergarten, Politiker, Landtagsabgeordneter. Persönlichkeiten, die vor Ort gewirkt haben Hermann Anton Bantle, Künstler, Felix Knuben war Organist und Musiklehrer in Beuron. Anselm Schott, Benediktiner Mönch, wirkte von 1868 bis 1875 im Benediktinerkloster Beuron. Franz von Vera, Jagdflieger, verbrachte seine Kindheit in der Villa Donau-Eck. Stefan Raimund Senge, Priester und Schriftsteller, studierte in der Theologischen Hochschule in Beuron. Maurus Wolter, Gründer der Benediktinerabtei Beuron.